The Bridge Curse 2 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 Frau Tan, das ist ich, Yo-Yi. Ich bin sorry, aber... Es geht um mich und Jan Shuen wieder. Aber diese Zeit ist gut. Er hat gesagt, dass wir uns über die Verkaufung enden können. When? Midnight in der Parking Garage. Will du ein bisschen zurückkommen? Okay. Okay. Ja, ich bin vorsichtig. Tschüss. Warum ist hier ein Schuss? Okay. Jan Shuen und Xu Yui arrangten mich in der Parking Garage. Ist das ein B2? Hallo Hund. Komm mal, Bildchen. Sieht so, wie ein Puddy hat den Ball. Guter Junge. Oh, shit. Ja. Dann... ...gehen wir jetzt zum Parkhaus. Und dann bin ich mal gespannt, was passieren wird. Hinweis aus der Vergangenheit untersuchen. Da lang. Ah, nee, hier. Blut? Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin mir. Oh, Gott. Oh. Und du glaubst, dass du jemanden findest, dass du jemanden findest, was du dir das schuss? Vielleicht bin ich zu sehr wunderschön mit dir. Schuhen, mach nichts mit meinem Vater. Otherwise, ich werde dich für immer. Du denkst, dass ich mich einfach zu lassen? Als die Magik-Circle ist complete und ich bin wiedergekommen, ich komme für dich. Was? Was bist du? Mein Lieber Yu-Yi. Die Zeit ist fast hier. Sei eine gute Frau und warte für mich. Yu-Yi? Yu-Yi, ist das du? Ich hörte, dass du dich schreitst. Frau Tan? Geh weg! Geh weg! Frau Tan... Ach... Du Scheiße. Du bist okay? Wer bist du? Hilf mich! Ich will nicht hier sterben. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist jetzt. Oh... Oh oh gosh oh gosh Oh mein Gott, oh Gott Nein Scheiße Okay, ich muss das doch ein bisschen Sinnvoller machen Und nicht einfach so Okay, verwende die Energie zu entfernen der Geisterhände Die deinen Weg blockieren Easy Ah Scheiße Ah, fuck Ah Jetzt aber Warum Hä Ich hoffe, das funktioniert jetzt so Wie ich denke, dass es funktioniert Fuck Nicht so ganz Ah Uh Warum Was Was mache ich falsch Ich glaube, ich check's Ich glaube, wir müssen einfach nur dagegen laufen Aber erst, wenn dieses Ding aufgeladen ist Kaboom So Und wenn dieses Ding Gleich was unten Links jetzt gleich eingeblendet wird Wenn das Voll ist oder so Dann können wir dagegen laufen, glaube ich I don't know Irgendwie so So Und jetzt müssen wir warten, bis das wieder voll ist Oder wie Erst, dann kann ich Oh nein Katze Hallo Katze Hi Ey Oh Gott Oh 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 Scheiße Wir laufen eigentlich wieder komplett falsch Oh nein Ich bin zu dumm Oh Fick dich Oh cool Okay Okay Where to go Where to go Maybe here Oh 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 no Oh Das war so knapp. Okay, wait. Okay, wir können da von hier anfangen. Oh, das ist gut. Oh nein, renn bitte. Bitte, ich hab das jetzt nicht umsonst gemacht. Oh oh. Was? Ich bin im Aufzug? Ein Signal. Ich wundere, wo die Dock und Rich sind. Komm, komm, komm. Was ist das? Bin ich jetzt safe? Oh nein. Ich hoffe es doch. Ich muss immer schauen. Wo sind sie denn? Ich hoffe, sie sind okay. Er lügt. Okay, es scheint wirklich so, als wäre ich wieder zurück. Ist das gut? What the fuck? Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Was hab ich da jetzt eingesammelt? Was ist das? Sicherung. Okay. Ich hab irgendeine Sicherung. Wofür auch immer. Ah. Oh nein, bitte nicht so ein scheiß Rätsel. Ich hasse das. So. Äh. Und. Okay. Okay. Ah, got it. Sehr gut. Hier fahren wir ja schon mal. Das kommt mir so bekannt vor. Ja, sicher. Hier waren wir schon mal. Hier ist der Computerraum. Können wir vielleicht entkommen? Okay. Okay. Oh, eine Katze. Uh-oh. Oh, okay. Und das ist der Instruktor Militär? Sie sieht so anders. Und was? Ich glaube, ja. die Reporterin finden. Ja gut. Seriöse Zeichnung. Okay, von Sergeant Tuang. Hallo. Das kennen wir auch noch. Da waren wir ganz am Anfang in der Folge. Da haben wir uns hier vor Sergeant Tuang versteckt. Okay. Hä? Okay, war wohl richtig, dass wir hier sind. 22. August Mitternacht. Irgendwie wieder ein Rätsel? Äh, ist da nicht die Rose? Hä? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's euch die... Ich hab's euch die ganze Zeit gesagt. Boah, das war wirklich sowas von klar. Ja... Okay, crazy. Es ist der Militärinstruktor. Was sieht aus. Ich glaube, das Poster hat geändert. Boah. Boah. Wartet mal. Hier war doch irgendwo... Wo war das? War das hier? Nee. Hier war das. 22. August. Januar, Februar, Mai, Juni... August. Also 08... Oder... Warte mal. 0... Hier steht schon wieder um Mitternacht. Got it. Ein Schlüssel. Schlüssel zur Krankenstation. Egal, ich hab jetzt einen Schlüssel. Damit können wir zur Krankenstation. Das geht jetzt aber wirklich einfach. Muss ich runter? Ich hab keine Ahnung. Ich will auch dem Typen nicht über den Weg laufen. Hä? Okay, scheiße. Hier bin ich komplett falsch. Wie gesagt, ich will ihn auch nicht über den Weg laufen. Das wäre glaube ich nicht so gut. Aber es ist krass, weil ich wusste es die ganze Zeit. Von hier sind wir gekommen. Okay. 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 Blut. Oh, wenn es schlechtes Blut ist. Blut sieht so kacke aus. Mann, 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 Mann. Was ist das? Von der Reporterin. Sie muss hier irgendwo sein. Sie muss hier irgendwo sein. Oh nein. Also sie ist ganz in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Was ist das? Von dem Mikrofon oder so? Ah, das ist Lippenstift. Oder? Was ist denn für stark? Meine Güte. Was ist denn für stark? Sie hat sich wahrscheinlich da drauf versteckt, oder? Kann ich mir vorstellen. Ah, wie ist sie da hochgekommen, wenn überhaupt? Oh, Digga, sei vorsichtig, bitte. Oh nein. Aber dreh dich nicht um. Du scheiße, ich wusste es. Oh Gott. Oh. Renn. Oder was? Nutzte die Laterne. Auf der Suche nach Blumen, mit denen die Anlösergemälde abgeholt werden können. Kacke. Oh nein. Sehr gut. Oh Gott. Max, Max. Max. Ah! Wait. Oh nein. Scheiße. Schütte sie! Schütte sie! Bitte! Danke, lieber Gott. Oh nein. Huh. Okay. Ah. Oh, wait. Oh, show me. Oh- my God. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Okay, got it, got it, got it. Okay. Jetzt hoffen wir, dass die Alte weggeht. Okay. Oh, Kurva. Oh, mein Gott. Ich habe Angst. Aber mir kann jetzt hier nichts passieren, oder? Oh, mein Gott. Ich bin jetzt schon wieder hier hingekommen. Ah, scheiße. Ich check's jetzt gerade gar nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich höre sie aber wo? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kann ich hier irgendwie ein Signal geben, dass ich hier bin? Hallo? Scheiße, wie komme ich denn hinten hin? Ja. Leck mich. Scheiße. Scheiße. Hallo? 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 Oh nein. Scheiße. Okay, ich... Ja? Ich bin verwirrt. Komm, 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 komm. Hier bin ich. Hier. Hallo, hier bin ich. Ich bin verwirrt. Okay, sehr gut. Genau, komm hier rein. So, kann ich jetzt ganz schnell... Okay. Oh nein. Mir fehlt eine Sicherung. Scheiße. Oh, got it. Ich weiß wie. Okay, da muss ich wahrscheinlich von hier diese Sicherung nehmen. Okay, ich hab's geschafft. Okay, was heißt, ich hab's geschafft. Obwohl noch nicht so ganz. What? Das gibt's ja jetzt nicht. Oh nein. Oh nein. What the fuck? Was? Wie? Hä? Hä? Ich bin jetzt... Nein. Das hier! Hurry! Vielen Dank! Du bist Sun Lien, oder? Ich habe dein Telefon gefunden. Danke Gott, du bist okay. Danke. Und du bist ... ... aus dem Filmclub. Und dann gibt es Rich und Doc. Er ist derjenige, der dich kontaktiert. Also, wo sind sie? Oh, etwas schrecklich passiert und wir verletzt wurden. Keine Angst, wir finden sie, ich versuche. Ja, okay, danke. ... ... Was ist das? Huang Ting Ting. Wie der echte Huang Ting Ting? Also sie... Ich sah ihr Körper in B3. B3? Es ist okay. Sie hat mir helfen. Ich weiß, du hast viele Fragen. Aber wir müssen sie folgen. Okay, ähm... Okay, ähm... What? Also... Ah... Okay. Ah gut. Ah... Was war das ein Windfall? Was war das? Das war ein Windfall. Oh mein Gott, ich glaube, hier sehen uns gleich unsere Freunde, oder? Ich glaube, so war das. Oder die haben uns da gesehen, irgendwie so... Ach, ich dachte schon. Okay, um... Muss das hier hin? Ach, ich muss das so drehen, ne? Hä? Ja, komm, egal. Okay. Boah, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl jetzt hier. Ah, muss ich hier irgendwas machen? Oh, oh ha. Oh, oh ha. Das ist er? Ja, bevor ich zu dir war, er war mir schaffst. Wir müssen hier rauskommen, bevor er uns befindet. Es ist einfach... rich und dark. Kannst du ihn holen? Ah, dein Handy. Ich habe es geschafft, aber ich habe keine Ahnung. Was werden wir tun? Ich glaube, wir müssen weitergehen. Oh, ja. Wir sind in der Fotografie. Wir sind immer nahe. Okay. Wenn wir zurückkommen, müssen wir schauen, ob wir gehen durch die dritte. Ja. Eine dritte. Ich habe es noch nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Wir schauen, ob es noch weitergeht. Okay. Ja, sie wird hier sterben. Ah, hi! Hier! Ich glaube, es gibt hier einen Weg zurück. Wirklich? Nein. Was war das denn jetzt? Das gibt... Oh mein Gott! Endlich spielen wir ihn. Darauf habe ich jetzt schon richtig gewartet. Oh, da habe ich Bock drauf. Oh, ich habe ihn vermisst. Nein. Was war das? Nein! Na gut, dann sind wir halt auf uns alleine gestellt, ne? An die Szene können wir uns auch schon erinnern. Oder noch erinnern. Oh nein! Yo, Rich! Bitte lebe! Oh nein, ist er vielleicht der nächste, der besessen ist? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ich bin gut! Huh? Rich, was ist das? Ich denke, es ist jemanden Sein, aber ich weiß nicht, wer. Es hat mir geholfen, dich und Ahi zu finden. Dann können wir es folgen, richtig? Aber... Was ist passiert, Rich? Du willst immer etwas sagen, aber dann wirst du dich aufhörst. Ich bin gut. Ich habe nur etwas überrascht. Ja, das muss es sein. Los geht's! Spinn... 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 Stimmt mit ihm nicht. Kein gutes Gefühl. Rich, was ist das? Oh nein, bitte nicht noch so ein Rätsel. Okay. There's a lock. And a building. This has got to have something to do with leaving this place, right? Leaving? Hey, that spirit thing told me to wish for it to leave. Wish? What wish? Never mind. I think it's taking us to find a way out. Let's go. Sigh. Ugh. Okay. 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 Okay, ich muss... Äh, wie geht da, Bums? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was muss ich... Möchte ich nochmal komplett zurücklaufen, um mir das anzugucken? Hach... Hat das was damit zu tun? Hier ist der Altar, da... Da, 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 da... Hä? Aber... Hach... Oh, wait. No, no, oder... Aber das ist... Das ist jetzt... Alter Falter. Hier steht, ist ein Strich... Strich, Lücke, Strich. Müssen wir das vielleicht hier finden. Genau hier, das haben wir jetzt gemacht. Das ist 1. 2... 3... Das ist jetzt... Also... Hä? Ach, nein! Das ist falsch. Das ist doch alles falsch. Shit. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Eins ist hier. So, wo ist die zwei? Zwei ist hier. Hier ist nicht die drei, das ist die vier. Hier ist die drei. Vier. Das glaube ich hier. Jetzt die fünf. Was passiert da? Genau jetzt werde ich angerufen. Genau jetzt. Shit. Hey, warte für mich. Noch rechtzeitig geschafft. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie weiß ich, was ich wissen? Hast du einen secreten Wettbewerb oder was? Nein. Hast du? Nein. Ich wirklich dachte, ich werde sterben. Was ist das? Na ja, was machen wir jetzt? Joe, da vorne. Es ist das Spirit wieder. Ja, das ist das Spirit wieder. Ja, du musst mich schocken. Ja, lass uns gehen. Worauf wartest du noch? Oh oh. Was passiert da gerade? Oh, ich dachte schon irgendwas passiert und er will sterben. Witzige Spirit. Diese wehrten Formationen haben sie etwas zu tun? Und was ist diese Lantern, die sie darüber sprechen? Doc, hier ist eine Tür. Aber es wird nicht öffnen. Schau dich um und lass mich sehen, ob es irgendein Weg gibt. Doc? Doc? Ich kann nicht durchlaufen. Die Tür hier öffnet. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg um. Schau dich! Ok, hab's! Scheiße, ich muss da landen. Wo sind wir? Arbeitsbuch. Ah! Ich wundere, ob es mit dem Kontrollpanel verbunden ist. Ok, eine Talisman. Ich hoffe nicht. Wie in die Hölle habe ich diese Tür ab? Was ist hier gerade passiert? Ich habe irgendwas gehört. Das hat sich eigentlich gut angehört, aber... Oh nein. Oh shit. Wo ist der? Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Puh. Oh, was ist jetzt? Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh, was ist jetzt? Hey, freshman. Still running now. Oh. 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 Scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe. Was? 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 Was ist das denn jetzt für ein Scheiß gewesen? Das war jetzt unfair. Achso. Okay, ich muss da lang, ne? Stopp. Enough with this nonsense. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Der kam wirklich aus dem Nichts. Meine Lieben, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter, weil ich glaube, das ist kurz vor dem Nichts. Kurz vor Ende. Habe ich so das Gefühl. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ähm. Ja. Puh. Also die Endbosse, die werden halt wirklich immer schlimmer. Aber... Egal. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns wieder zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Video hier bei Dementet Horror. Bis zum nächsten Mal. Ciao.